Hallo und herzlich willkommen zu Lektion 42 von Lobes Lernstunde Meister das Mittelspiel. Wir beginnen heute mit einem neuen Block und ihr seht es schon, ich freue mich schon sehr auf den neuen Block. Wird wieder sehr cool und zwar befinden wir uns jetzt wieder im positionellen Spiel. Wir sind letzte Woche mit der Verteidigung, mit dem zweiten Block fertig geworden und jetzt kommen positionelle Opfer Nr. 1. Oh, ich sehe gerade die Kamera wackelt ein bisschen, aber das sollte gleich wieder nachlassen. Also, um das ganze Thema einmal zu beleuchten, möchte ich erstmal anfangen die Thematik zu erklären. Was verstehen wir genau unter positionellen Opfern? Im Gegensatz zu taktischen Opfern geht es hier weniger darum, dass das Opfer einen Königsangriff ermöglicht. Und allgemein nochmal ein Opfer, wann sprechen wir von einem Opfer? Von einem Opfer können wir nur reden, wenn wir Material auch auf längere Sicht hergeben und eben nicht wie durch taktische Kombinationen zwangsläufig zurückgewinnen, denn dann ist es nicht wirklich ein Opfer. Genau, also es geht hauptsächlich jetzt um positionelle Opfer und den positionellen Aspekt dabei kann ich noch einmal kurz erklären. Also positionelles Spiel, darunter verstehen wir so die bestmögliche, also das Ziel des positionellen Spiels ist es, die bestmögliche Wirkung der eigenen Figuren zu erreichen. Und damit einher geht natürlich auch die Beschränkung der gegnerischen Figuren und deswegen ist positionelles Spiel und Taktik auch eng verzahnt, denn das folgt einfach daraus. Wenn meine Figuren optimal spielen, jede Figur ihre maximale Wirkung entfaltet, naja, dann ist es mit der Taktik nicht allzu weit hin, dann wird sie schon fast wie von alleine kommen. Das Ganze möchte ich euch noch anhand eines schachlichen Beispiels erklären und dafür nutze ich eine Partie, die wir uns auch schon mal gemeinsam angesehen haben. Einige von euch erinnern sich, es ist lange her, Lektion 4 müsste es gewesen sein, damals eine Partie von Geri Kasparov gegen Alexei Schirov. Die Eröffnungsphase habe ich hier schon halb übergangen, wir befinden uns im Sveshnikow, es folgte Ba4 und Turmschlägt A4, Springer D7, wir hatten hier einige Anmerkungen gemacht, Turm B4, Springer C5 und jetzt sehen wir so ein klassisches positionelles Opfer. Was hat Kasparov hier gespielt? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, er hat hier Turmschlägt B7 gespielt. Ein etwas unkonventionelles Qualitätsopfer, weil meistens machen wir das ja nur, wenn wir direkt noch vielleicht einen Bauern kriegen oder sowas und dann ist es schon fast kein Opfer mehr, weil wir materiell Gleichgewicht damit haben, mit so ein bis zwei Bauern für die Qualität noch dazu. Hier allerdings war es so, dass er einfach schlicht und ergreifend den Läufer B7 rausgenommen hat aus dem Spiel. Im weiteren Verlauf war es dann so, dass die weißen Figuren sehr sehr gut mit diesen Feldern Wirkungen erreichen konnten. Und wenn ihr die Partie nochmal sehen wollt, die war echt wirklich, also ich war begeistert von diesem positionellen Opfer und der Struktur, mit der weiß hier gespielt hat und die Stärke seiner Figuren ausgenutzt hat, Lektion 4 nochmal anschauen. Heute wollen wir uns aber eine nicht weniger spannende und interessante Partie angucken und Ziel der Lektion heute soll sein, dass wir lernen zu erkennen, wann positionelle Opfer möglich sind. Das heißt, wir arbeiten uns Indizien dafür heraus. Okay, wir starten mit der Partie. Ein paar Züge habe ich schon gemacht. Ihr seht Neidorf. Die Partie stammt aus dem Dezember letzten Jahres. Eine der großen Glanzpartien von Fabiano letzten Jahres. Ja, Läufer G5, E6, F4. In der Eröffnungsphase werden wir wieder nicht ganz so detailliert darauf eingehen. Hier könnte man vielleicht noch anmerken, dass Dame schlägt B2 ein kleiner Fehler ist. Warum? Das überlasse ich euch. Na gut, ich sage es euch auch Springer A4. Das ist dieser, so ein ganz, ganz typischer Zug, um Dame schlägt B2 in etlichen Konstellationen zu verhindern. Indem man A3 spielt, das Fluchtfeld B4 nimmt und dann mit Springer A4, so die übliche Figurenaufstellung der Läufer auf F1, nimmt sowieso das Feld B5 weg. Das ist schon ein ganz typischer Zug A3. Den sollte man mal als Motiv kennen. So, wir machen ein paar Züge weiter, bis es richtig spannend wird. Und damit ist es im Neidorf ja meistens nicht weit hin. Also, H4 hier, die Brechstange angesetzt, hat Fabiano. G schlägt F4, Läufer E2. Und jetzt kommen wir schon gleich dazu. Es kam jetzt B4 von Hikaru. Also die Idee dahinter ist einfach, dass man möglichst frühzeitig jetzt schon mal anfängt, den weißen König ein bisschen anzuhebeln. Ich habe mir die Partie lange angeschaut und ich bin mir nicht sicher, ob B4 der beste Zug ist. Wenn die weiße Möglichkeit dieses Opfers, wie wir sie gleich sehen werden, nicht gegeben wäre, dann denke ich, wäre B4 ein guter Zug gewesen. Deswegen unter praktischen Gesichtspunkten gefällt mir B4 eigentlich ganz gut. Denn nach A schlägt B4 im weiteren Verlauf. Ich meine, man muss ja auch immer sich Ziele setzen, ist es ja so. Schwarz sagt sich, okay, ich werde nicht matt gesetzt oder ähnliches und suche mir dann mein Angriffsspiel am Königsflügel. Und das kann man dann irgendwann machen, indem man zum Beispiel Turm B8 spielt oder den Bauern anderweitig angreift. Vielleicht auch mal A5. Und durch das frühzeitige B4, durch das Opfer B4 ist es halt so, dass weiß nicht mehr die Möglichkeit hat, im rechten Moment, wenn es denn droht, B4 zu verhindern, zum Beispiel jetzt einfach mit Zügen wie Springer A2, sodass B4 dann überhaupt nicht mehr möglich ist. Diese Möglichkeit hat Schwarz den Weißen einfach genommen. Okay, es folgt Springer E5, auch ein sehr, sehr logischer Zug. Greift die Dame an, zentralisiert den Springer, bringt die Entwicklung ein bisschen voran. Dame schlägt F4, Springer schlägt G4. Ja, getragen von diesem taktischen Motiv E5, wird der Springer auf G4 nochmal überdeckt. Es kommt Läufer schlägt G4, E5. Und jetzt wäre es so an der Zeit, wenn ihr diese Partie nicht kennt. Und ihr habt sicherlich schon gemerkt, ja, ich antworte gar nicht auf eure Fragen im Chat. Ich muss euch ein Geständnis machen, heute wird die Lernstunde nicht live abgehalten, sondern wir haben es voraufgezeichnet, denn im Moment befinden wir uns in Griechenland und nehmen an der griechischen Meisterschaft teil. Auch dafür könnt ihr gerne uns auf unserer Homepage besuchen. Wir werden fleißig Berichte schreiben und euch erzählen, wie es vor Ort läuft. Zurück zu dieser Stellung, also ihr könnt ruhig, anders als in den Live-Shows, jetzt wirklich auch das Video einmal pausieren und euch mal Gedanken darüber machen, was Weiß hier spielen könnte. Ja, und wenn ihr denn ein bisschen euch diese sehr, sehr schwachen Felder, ja, der G-Bauer ist weg und die beiden Bauern, der C-Bauer komplett weg, der E-Bauer schon so weit vorgezogen, dass die Felder D5 und F5 äußerst schwach sind. Und das ist eine der Hauptbegründungen an dieser Stelle, warum das nachfolgende Opfer denn eventuell möglich sein könnte. Dame schlägt F6, bam, also es knallt einfach auf F6. Wahrscheinlich sind Ticaro hier, weiß ich nicht, die ist die Kinnlade runtergeknallt, denn wir sehen relativ eindeutig, Läufer F6, Springer D5, Dame D8, logisch, wir decken F6, ja. Aber wir sehen recht eindeutig, dass es hier nicht zu weiterem Materialgewinn von Weiß kommt. Also es ist tatsächlich so, dass Weiß an dieser Stelle lediglich zwei Springer und einen Bauern für eine Dame hat. Und ihr alle kennt das Zählsystem, womit wir unsere Schachausbildung beginnen. Wir ordnen den Figuren Werte zu und Springer ist in der Regel drei Punkte wert. Eine Dame neun oder zehn, je nach Schule, sag ich jetzt mal, wo man gelernt hat, ist eine Dame neun bis zehn Punkte wert. Das heißt, rein auf der Punkteskala können wir schon mal definitiv festhalten. Weiß hat hier Material geopfert. Und wir sehen, der Springer auf D5 ist sehr schön, aber der Läufer F6 ist gedeckt, eigentlich hält Schwarz die Stellung ganz gut zusammen. Und deswegen ist es an der Zeit, ein bisschen tiefer in die Partie einzusteigen und uns mal anzuschauen, warum so ein Opfer gerechtfertigt sein kann. Okay, wir müssen auch erstmal handeln, ja. Also der Springer auf D4 hängt. Und jetzt stellt sich natürlich schon eine der ersten Fragen. Nehmen wir auf F8 raus? Oder unternehmen wir anderes, um den drohenden Figurenverlust hier zu verhindern? Und gespielt wurde Springer F5. Meiner Meinung nach ist das auch ein sehr guter Zug, denn wir dürfen eins nicht aus den Augen verlieren. Wir haben dieses materielle Ungleichgewicht geschaffen. Und haben jetzt sozusagen, ich will grob überschlagen jetzt einfach mal durchzählen. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 plus 6, 21. Ja, Läufer sagt man ja mal so dreieinhalb Punkte. Also nochmal 7 drauf, 28 Figurenpunkte bei Weiß. Und bei Schwarz grob überschlagen ein bisschen mehr. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, das Verhältnis mit jedem Abtausch wird das schlimmer. Denn wir fangen zum Beispiel an bei einem 30 zu 29. Der Unterschied ist marginal. Stellt euch einfach vor, total bildlich, dass 30 Rugby-Spieler auf einem Feld stehen, von der einen Mannschaft 29 auf der anderen Seite. Ja, und die stürmen gegeneinander. Also da wäre es, glaube ich, nicht gerade unwahrscheinlich, dass die 29 Leute vielleicht auch gewinnen. Ja, weil vielleicht einer stolpert. So, reduzieren wir das Ganze bis auf das Minimum runter. Ja, so dass auf einmal 2 gegen 1 spielen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 2 sich gegen den 1 durchsetzen, sehr, sehr, sehr hoch. Ja, und dementsprechend sollte man auch vorgehen, wenn man ein positionelles Opfer gespielt hat. Man sollte nicht unbedingt den Abtausch anstreben. Deswegen springe er 5, um möglichst wenig Material abzutauschen. Natürlich, das können wir nicht verhindern. Aber zumindest kommt es nicht zu weiteren Vereinfachungen an dieser Stelle. Weiterer Nachteil an Läufer c8 wäre auch gewesen, dass man sich auch mit sowas auseinandersetzen muss. Der Läufer dann freier ist, dass der Turm auch direkt Spiel gegen den König bekommt. Das möchte man beides nicht zulassen. Deswegen an dieser Stelle Springer f5. Und ihr seht schon, ja, der d6, der rückständige Bauer, der ist etwas verletzlich und droht jetzt auch schon verloren zu gehen. Manko an der ganzen Geschichte ist, ihr seht das schon, wir haben nach Springer schlägt d6, Damen schlägt d6 keinen vernünftigen Abzug mit dem Springer. Denn egal wo wir abziehen, Springer schlägt f6 zum Beispiel, Springer c7, die Dame kann den Springer immer nehmen. Das heißt, wir können keinen weiteren Gewinn daraus ziehen. Aber dann doch zumindest die Drohung Springer schlägt f6 mit anschließendem Schlagen auf d6. Das ist auch der Grund, warum Turm b8, der in der Partie gespielt wurde, nicht ganz so genau ist. Und schwarz hätte besser noch auf f5 nehmen sollen. Wir schlagen mit dem Läufer auf f5 wieder. Jetzt zum Beispiel Turm f8, ja, Spiel gegen den weißen König, schon mal ein bisschen aufbauen, obwohl der b4 recht solide ist. Und jetzt könnte weiß zum Beispiel c4 spielen. Die Idee dahinter möchte ich natürlich auch noch erläutern. Und ich denke, jetzt so die gröbsten taktischen Geschichten sind raus. Das heißt, es wäre mal so Zeit, hier so ein Fazit zu ziehen, ob das denn überhaupt reichen kann, ja. Denn wir sehen, wir haben Springer und Läufer und Einbauern für die Dame. Das ist in aller Regel nicht ausreichend. Aber was sind so die Charakteristiker der Stellung? Also, wir können zunächst mal festhalten, es gibt nur eine offene Linie, ja. Und diese offene Linie ist tendenziell eher für weiß zu besetzen. Denn der König ist in der Mitte, die Türme sind nicht verbunden von schwarz. Und wenn er kurz rochiert, eine andere Möglichkeit hätte er ja nicht, dann ist es auch in der Folge erstmal schwierig, für schwarz die g-Linie zu besetzen. Das heißt, das ist schon mal ein Pluspunkt. Dann prüfen wir die halboffenen Linien, ja. Schwarz hat hier zwei halboffene Linien. Davon können wir festhalten, der Bauer B4 ist sehr, sehr gut gedeckt durch den starken Springer auf D5. Dort wird keine Gefahr drohen. Und auf der C-Linie, naja, erstmal muss schwarz die auch besetzen, was ihm sehr schwer fällt bei dieser Kontrolle der wichtigen Felder. Und weiterhin wäre wahrscheinlich auch nach B3 der Bauer auf C4 so eine mächtige Blockadefigur, dass schwarz nicht wirklich vorankommt. Ja, was hat weiß stattdessen? Weiß hat einen grandiosen Springer, der in die Stellung des Schwarzen reinschaut. Einen wirklich grandiosen Läufer, der hier wichtige Felder kontrolliert und den König beschränkt, auch in seiner Entwicklung. Und wir haben einen potenziell starken Läufer, der immer mal Richtung Königsangriff schwenken kann. Und, ja, was haben wir noch? Wir müssen auch auf der Gegenseite noch festhalten, nicht nur die starken weißen Figuren machen das Gegenspiel an dieser Stelle aus und haben dieses Opfer ein Stück weit ermöglicht. Auch die schwierige Koordination bei schwarz, ja, ihr seht, die Dame ist gebunden und deckt den Läufer auf F6. Der Läufer auf F6 schaut gegen seine eigenen Bauern. Das heißt, es ist auch für ihn recht schwierig, eine Wirkungsweise zu entfalten. Und was zur Dame noch ganz interessant ist, stellt euch doch mal vor, der Läufer wäre weg, diese Aufgabe des Deckens erledigt. Wo würde die schwarze Dame denn überhaupt hingehen, ne? Also, alle Felder sind von Weiß kontrolliert. Ja, dementsprechend diese Stellung wahrscheinlich etwas aussichtsreicher für Weiß, aber wir dürfen natürlich auch nicht die Gefahr unterschätzen. Und die ist allgegenwärtig, denn sobald es zu ein paar Abtäuschen kommt, ja, sei es, dass Schwarzes mal schafft, auf der G-Linie alle Schwerfiguren runterzutauschen und dann die Dame ins Spiel zu bringen, dann hat Weiß ein Problem. Ja, stellt euch mal vor, die Türme sind runter und dann haben wir schon direkt akutes Problem. Was machen wir mit dem Bauern H4? Ziehen wir ihn vor nach H5, dann könnte Läufer G7 kommen und dann in der Folge Dame G5. Die schwarze Dame infiltriert auf einmal das weiße Geschehen hier oder die weiße Stellung und wenn der Haarbauer verloren geht, sowas genügt schon. Ein verlorener Haarbauer für Weiß und wir befinden uns ja schon fast im Endspiel dann und der gegnerische Haarbauer mit Unterstützung der Dame kommt sehr, sehr weit beziehungsweise geht vielleicht sogar durch. Es sei denn, wir stellen alle Figuren dafür ab, bringen zum Beispiel den Springer nach H3 und dann haben wir das Problem, dass die Deckung für unsere restlichen Figuren fehlt. Also sehr interessante Stellung, vermutlich aber hier besser für Weiß. Ja, Hikaru hat direkt Turm B8 gemacht, um so eine Züge wie Läufer B6, Springer C7 zu verhindern. Das Ganze hat aber den Nachteil, dass Springer schlägt F6 jetzt möglich ist mit anschließendem Nehmen auf D6. Ja, natürlich ist es dann immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ja, ich kann das schon verstehen, dass also Nakamura ist einer der stärksten Taktiker dieser Welt. Gut, viele andere Welten gibt es wahrscheinlich nicht, aber das ist jetzt eine andere Frage. Warum hat er das übersehen? Ich denke, er hat es nicht übersehen. Es ist nur so, dass Weiß, um diesen Bauern mitzunehmen, eine seiner stärksten Figuren hergeben musste, nämlich den Springer auf D5. Das heißt, diese Möglichkeit für Schwarz unter Opfern, gegen Opfer von Material, eine Stellungsverbesserung herbeizuführen, die müssen wir immer beachten. Hier zum Beispiel mit Turm B8 und er sagt, okay, dann bedien dich doch auf F6. Du bekommst den D6, dafür werde ich jetzt etwas freier. Nach Turm schlägt D6 von Fabiano kommt Läufer E6. Und naja, es sieht doch zumindest schon wie eine Erleichterung für Schwarz aus, auch wenn die Dame auf F6 jetzt noch keine Granate ist. Da möchte ich aber noch ganz kurz anfügen, dass es eine sehr, sehr interessante andere Möglichkeit gegeben hätte zu spielen, die nicht allzu leicht zu entdecken ist. Ich möchte sie euch aber nicht vorenthalten. Springer schlägt D6, wäre hier sehr stark gewesen. König E7. Und vielleicht sollten wir einmal festhalten, also das Nehmen auf C8. Das dürfte eher nichts sein. Je nachdem, wenn wir mit dem Läufer nehmen, könnte zum Beispiel der Arm schlägt F2 kommen. Und auf einmal fehlt dieser feste Grip in der weißen Stellung, dass Schwarz sich nicht mehr regen kann. Ganz kurz, sowas müsst ihr immer berechnen. Das müsst ihr machen, denn wir haben Material gegeben. Das heißt, Schwarz kann jederzeit, oder wir müssen jederzeit damit rechnen, dass der Gegner unter Materialopfer seine Stellung transformiert, wieder in eine normale. Das geht an dieser Stelle aber nicht, aber wir sollten es trotzdem prüfen. Läufer C5. Ich denke, es ist offensichtlich, der Bau auf A6 hängt, der H6 ist schwach, der König ist immer noch in der Mitte, man hat einen Bauernmeer. Dass diese Stellung vorteilhaft ist für weiß, aber bitte vergesst nicht, das immer zu prüfen, wenn ihr Material geopfert habt. Bevor wir uns die Hauptvariante angucken, eben noch die Nebenvarianten König F8. Hier ein, ja schon auch etwas schwieriger zu sehender Zug für weiß. Wir haben das Problem, dass der Läufer auf F2 hängt, der Läufer auf G4 hängt. Wir wollen möglichst wenig Material abtauschen und Läufer F5 ist hier ein sehr, sehr starker Zug, denn er zwingt wiederum, er gibt den Zug wieder ab an Schwarz, sagt, okay, der F2 hängt nicht mehr, es kommt gleich Läufer C5 und dein Läufer auf C8, der hängt auch, also musst du erstmal was machen. Läufer schlägt F5, das ist die logische Konsequenz. Und der Befreiungsversuch von Schwarz, jetzt mal schnell ein bisschen Material runterzubringen mit Turm D8, der geht nicht so gut, denn wir können einfach rausnehmen und Turm D1 spielen. Jetzt können wir schon festhalten, wenn die Dame nicht nach F6 geht, sondern zum Beispiel nach C7, dann kommt Läufer C5 schach und Schwarz hat hier ein Problem mit Mat auf G7. Deswegen einziger Zug für Schwarz an der Stelle, Dame F6, um in der gleichen Variante Läufer C5, dass man auf Turm G7 mit Dame schlägt G7, reagieren könnte. Vom Materialverhältnis, Dame gegen Turm und Springer, hätte Schwarz dann eine Qualität mehr. Dame F6 und hier kann man aber mit Turm D6 zum Beispiel die Dame gewinnen, denn wie ihr seht, hat sie keine weiteren Felder. Spielt dann mit zwei Figuren gegen den Turm. Tatsächlich ist es aber so, und das finde ich auch so beeindruckend an dieser Stellung, man hat diesen Springer auf F5 und das Zusammenspiel der weißen Figuren harmoniert so gut, dass man irgendwas machen kann. Die Frage ist doch, was würde Schwarz denn überhaupt tun, wenn er am Zug wäre, ja? Wenn ihr beliebig, was weiß ich, C3 spielt, C4 spielt, was kommt denn dann? Schwarz ist am Zug, aber er kann Turm D6 nicht verhindern. Turm G8 bringt dagegen nichts, kann Turm D6 kommen, das heißt, wir können hier sogar unsere Stellung verbessern, bevor wir uns das Material zurückholen. Kommen wir aber wieder zum komplizierten Part, nämlich König E7. und hier hätte Fabiano eine recht lange Variante berechnen müssen, um Springer schlägt D6 zu rechtfertigen. Hier geht es weiter mit Läufer C5. Okay, wir fragen uns zu Recht, was wird hier gedroht, wenn zum Beispiel Läufer G4 kommt, das ist einmal der erste Schritt, wir müssen Drohungen analysieren und die Züge dementsprechend verstehen. Hier ist es noch relativ einfach, wir haben Springer B5, König E6 wird mit Turm D6 beantwortet und König E8 mit Springer C7 matt. Okay, erster Schritt, wir haben Läufer Schläge G4 den Hauptzug ausgeschlossen. So, dadurch, dass das hier so eine Matte in der Mitte werden könnte, müssen wir auf jeden Fall Dame F4 noch in Betracht ziehen, denn danach hätte der König auf F6 immer ein Fluchtfeld. Okay, König B1 ist mehr oder weniger erzwungen, Dame schlägt G4. Ebenso, wenn diese Variante einen Sinn ergeben soll für Schwarz und es geht weiter mit Springer schlägt C8 Schach. Dieses Springer B5 Springer C7 funktioniert hier nicht, weil der König über F6 flieht. Hier wäre König F6 aber nicht so gut, weil er einfach nur einen weiteren Turm mit ins Spiel holt, deswegen König E8 an der Stelle, Springer D6 Schach König D8 und weiter geht das Ganze in einer recht komplizierten Variante, denn vom Materialverhältnis hat sich ein bisschen was getan. Wir haben jetzt Turm und Springer gegen Dame, dafür einige schwache Felder, aber begründet ist die ganze Variante am Ende eigentlich mit Springer D7 greift den Turm an und diese Stellung sollte wohl recht aussichtsreich sein für Weiß, weil Schwarz einen recht schwachen König hat, man hat ein Bauern mehr, zwei Türme für die Dame, wäre wohl der einfachere Weg gewesen für Fabiano an der Stelle, jetzt möchte ich aber doch noch einmal zusammenkriegen für euch, warum ich hier König D8 als Hauptzug hatte, genau, wenn jetzt wieder König E7 kommt, dann können wir unsere Stellung verbessern mit Springer B5 Schach und wenn er jetzt über F6 weg geht mit Turm F1 und Turm G1 und wir haben diese Figur mehr, die wir gerade auf C8 genommen haben, deswegen geht das Ganze für Schwarz auch nicht auf, zum Beispiel, er muss sich entscheiden, ob er auf G1 nimmt, was er tut, auf jeden Fall behalten wir mindestens zwei Figuren für den Turm und sind vom Materialverhältnis wieder oben auf, so, also, ja, dieses sehr, sehr schöne Läufer C5, das hätte man, ja, in dieser ganzen Konsequenz halt sehen müssen, was nicht einfach war, aber Turm schlägt D6 ist jetzt auch kein grausamer Zug, also so schlecht ist er nicht. Läufer E6 und, Fabiano spielt wieder den menschlichen Zug, er spielt diese Stellung sehr menschlich, was ja nicht verkehrt ist, kleine Verbesserungsmöglichkeiten wären drin gewesen, naja, was wäre der menschliche Zug an dieser Stelle gewesen, ähm, ich denke, Turm nach D1 ist relativ offensichtlich, ne, wir verhindern Züge wie Turm D8, ähm, gehen auf die offene Linie, kontrollieren sie und Schwarz bleibt, äh, bleibt zumindest mit solchen Zügen, äh, kann er nicht machen und, ähm, ja, der Zug war auch nicht verkehrt, also nicht wirklich schlecht, ähm, Läufer E6 wäre in der Konsequenz ein klein bisschen besser gewesen, der Grund ist eigentlich der, dass, ähm, nach Turm HD1 Partieverlauf Schwarz rochieren kann und, äh, hier hätte man die Rochade noch effektiver rausnehmen können, ne, auf Rochade, ich meine, jetzt Springer schlägt H6, König H8, Springer schlägt F7, ja, der nächste Kracherzug eigentlich, äh, folgt direkt und, ähm, nachdem Schwarz auf F7 wieder nimmt, Läufer F7 kommt, äh, Turm schlägt F6, das geht auch nicht gut, hat, äh, Schwarz hier das Problem, dass ein Mattenetz aufgebaut wird und, ähm, da gibt's auch kein wirkliches Entkommen mehr, das objektiv Beste wäre noch Damen schlägt E4, was nach Turm H6 und dann Läufer E6 das Fluchtfeld abschließend nach hinten losgeht. Also Läufer E3, ähm, das was Weiß hier aufgebaut hat, dieser Würgegriff, ja, dass Schwarz sich so gut wie nicht bewegen kann, er hat schon ein klein bisschen locker gelassen mit Turm schlägt D6, ja, äh, vom Gefühl hierher der Läufer auf E6, ähm, die Dame auf F6, Schwarz fühlt sich schon ein bisschen wohler als noch ein paar Züge vorher, aber, ähm, dennoch Läufer E3 mit Verhinderung der Rochade hätte, ähm, das Ganze noch ganz nett weitergehalten. Aber Turm HD1, Rochade, ähm, jetzt wiederum ein, ein sehr, sehr netter Zug von Weiß, müssen wir uns überlegen, wir wollen alle Figuren mitspielen lassen und, äh, wie können wir das machen? Ich denke, es gibt hier maßgeblich, ähm, zwei verschiedene Ansätze, und, ähm, die wären Läufer E3, logisch, hatten wir gerade schon mal gesehen, wir bringen den Läufer mit ins Spiel, ja, denn, wir können ja einmal durchziehen, Turm läuft, der macht einen super Job, andere Turm, auch, haben wir gerade ja erst auf die D-Linie gestellt, äh, Springer und Läufer auch super, fehlt eigentlich nur die letzte Figur und die kann man aber auch noch auf einem bisschen besseren Weg ins Spiel bringen und das ist H5 an dieser Stelle, mit der Drohung Läufer H4 und der absoluten Kontrolle hier, die Dame wird auch noch mal verjagt und, ähm, ja, hier ist es schon ein bisschen schwieriger für Schwarz zu reagieren und der objektiv beste Weg, ja, ich kann verstehen, den hätte man nicht wirklich spielen wollen, ähm, erinnert nichts daran, dass er trotzdem besser gewesen wäre, äh, wäre Turm F nach E8 gewesen, sich darauf einlassen, Läufer H4, Dame H8 und jetzt zum Beispiel ein Zug wie H3, äh, das Schlagen auf B4 dauerhaft unterbinden und, ähm, drückt einfach mal auf Pause, schaut euch diese Stellung ein bisschen an, ähm, diese Dame auf H8, okay, es ist wirklich traurig, aber, auf der Gegenseite, ähm, ich denke, Schwarz hat schon länger eingesehen, dass er trotz des materiellen Vorteils nicht wirklich besser stehen kann und hier wäre es dann doch an der Zeit gewesen, sich wirklich sehr, sehr defensiv zu verhalten und zu sagen, okay, ich halte das jetzt einfach aus, ich mache irgendwie, was weiß ich, König H7, König G8, ich warte mal ab, was du machst, ob du irgendwie noch eine Verbesserung findest, ähm, und, äh, ja, dann erstmal abwarten und auf eine Konterchance hoffen, ich denke, das wäre noch der beste Weg gewesen, Dame G5 Schach, naja, diese Taktik mit dem Läufer auf G4, die läuft halt ins Leere, weil wir nach Läufer E3, Dame schlägt G4 immer Springer, schlägt H6, hätten und, ähm, direkt Material gewinnen würden, dann hätten wir wieder die Stellung transformiert, und, ähm, im ersten Blick ist erstmal, können wir festhalten, äh, zwei Bauern mehr für Weiß, bei ungleichfarbigen Läufern, einem schwachen König, ähm, was mag man hier spielen, zum Beispiel Tom G8 mit der nächsten Drohung, dass der Läufer hängt, Läufer schlägt H5, kommt Tom H6, Mann, das geht nicht, ähm, ähm, ja, was geht sonst noch, es geht eigentlich sowieso nichts mehr, Tom G8 kommt ebenso, Tom H6 matt und der Läufer hängt, also die Stellung ist auch tot verloren an der Stelle, ähm, aber Hikaru hat halt irgendwie nur die Idee, okay, wer Läufer e3, dann kann Läufer h4 nicht mehr kommen, ja, okay, aber das zeigt schon ein bisschen, äh, die, arge, ja, Planlosigkeit von Schwarz, will ich fast nicht sagen, ja, Schwarz befindet sich halt in diesem sehr, sehr starken Würgegriff der weißen Figuren und kann einfach nicht wirklich viel besser ziehen, ähm, was wir auch noch immer prüfen müssen ist, ich hab's vorhin schon mal erwähnt, ähm, wir müssen die Transformation prüfen, also was ist, wenn Schwarz Material zurückgibt, können wir eigentlich nur festhalten, hier an dieser Stelle, ähm, Dame G5, Schachläufer e3, Läufer schlägt f5, geht das Ganze wieder nicht gut, aber bitte vergesst es nicht, sowas müsst ihr prüfen, ja, weil dann kann es ganz schnell sein, dass beim Gegner immer noch sozusagen ein Bauer übrig bleibt und euer, euer Angriff beziehungsweise eure starken Figuren vom Brett genommen werden, aber hier können wir auf G5 nehmen und, äh, nach Läufer schlägt G4, haben wir hier taktisch eine sehr, sehr nette Möglichkeit, ähm, bestmöglich fortzusetzen, ähm, denn auf den ersten Blick Turm G1, HG5, Turm G4, F6, gebe ich zu, sieht gut aus für Weiß, ich würde Schwarz aber durchaus Remischancen einräumen, also schaut an dieser Stelle nochmal rein, wie könnte Weiß noch besser spielen, naja, der Turm hängt, der Läufer hängt, dennoch gibt es hier eine nette Möglichkeit, noch besser zu spielen, so, und ihr habt es mittlerweile sicherlich entdeckt, ansonsten, pausiert nochmal ganz kurz, das ist eine nette, kleine, feine Taktik, ähm, die man auf dem Schirm haben sollte, und zwar Turm schlägt H6 an dieser Stelle, ja, ähm, Idee dahinter ist schlichtweg die, das Läufer schlägt D1, hier ein Läufer F6 reinläuft, und Schwarz ist unverhinderbar matt im nächsten Zug, und, ähm, diese kleine Freienheit sorgt halt dafür, dass wir nach dem, was irgendwie nötig ist, hier an der Stelle, F6, dass wir halt eine deutlich bessere Stellung bekommen, als wir sie sonst gehabt hätten, wir können nämlich jetzt Turm G1 spielen, und, ähm, jetzt auf G4 nehmen, und im Vergleich zur Stellung gerade eben, haben wir jetzt noch einiges an Material mehr eingeheimst, also, zwar nur einen Bauern, aber dafür fallen die weiteren Bauern von Schwarz, auch der König ist weiterhin offen, und nicht relativ sicher, wie er gerade gewesen wäre, ja, also diese, dieses Rückopfer von Material immer auf dem Schirm haben, bitte, Dame F6, und jetzt Springer schlägt H6, König H8, und, ähm, jetzt fällt ein bisschen auf, dass Fabiano die Partie sehr, sehr, sehr solide runtergespielt hat, ähm, denn er hätte jetzt auch schon direkt taktisch zuschlagen können, und ihr ahnt es bestimmt schon, was hier möglich gewesen wäre, nämlich erneut, Springer schlägt F7, ja, entzieht dem Läufer auf E6 seine Deckung und, äh, nutzt die Fesslung mit der Dame aus, ja, bestmöglich wäre es so weitergegangen, und ich kann gewissermaßen verstehen, dass Weiß das nicht unbedingt vorzieht, weil er sich, äh, denkt, ja, vom Materialverhältnis, die Stellung ist ein bisschen leichter geworden, ich habe nicht mehr so die hundertprozentige Kontrolle, aber die Stellung ist wohl, im Endeffekt, kann man sagen, gewonnen für Weiß, irgendwie die besten Züge, wie es weitergehen könnte, wären irgendwie solche komischen Varianten, und, naja, ich weiß auch nicht genau, was hier überhaupt abgeht, das scheint wohl nach dem Computer relativ forciert gewesen zu sein, mit sehr, sehr guten Gewinnchancen von, von Weiß, aber, so eine Stellung ist immer recht schwierig einzuschätzen, und die Angst vom Gegenspiel, kann ich gut verstehen, nicht im Verlust Sinne, verlieren wird, Weiß diese Stellung nicht, ja, alleine so ein Zug wie, äh, ein absicherndes Läufer, G6 in Verbindung mit einem Turmtausch, dann passiert, Weiß ja nichts mehr, aber, Weiß hat zu diesem Zeitpunkt schon lange auf Sieg gespielt, und, ähm, hat diese Möglichkeit deswegen nicht wahrgenommen, und hat einen anderen, positionell sehr, sehr schön Zug gespielt, der, den, ja, den Griff der, der schwarzen Figuren weiter vorantreibt, und das war an dieser Stelle Läufer nach F5, ja, und Schwarz ist wieder so in einer bisschen schwierigen Lage, und weiß nicht so genau, was er ziehen soll, und hat sich jetzt für Dame E7 entschieden, was in der Konsequenz, ähm, im Prinzip, Weiß nochmal ein bisschen eigentlich schon fast dazu drängt, den besten Zug an dieser Stelle zu machen, und, ja, ahnt es schon, es ist wieder Springer schlägt F7, und, ähm, hier mit einer bisschen anderen Begründung, also, äh, natürlich haben wir immer noch, ähm, die Idee, dass dem Läufer auf E6 Deckung entzogen wird, die Fesslung existiert, aber nicht mehr, was haben wir stattdessen, naja, wir haben hier einen enormen Angriff auf den Schwarzen König, der nur gegen Opfer wieder abgewendet werden kann, aber das auch nicht wirklich, denn wir gewinnen jetzt zumindest schon die Dame, und, äh, nach Turm E7 König E7 Läufer C5 verbleiben wir hier mit mehr Material, also, ich weiß es nicht, Läufer schlägt F7 kann es nicht gewesen sein, äh, wovor, wovor Fabiano hier Angst hatte, und, naja, Dame schlägt F7, Turm schlägt E6 ist hier auch sehr, sehr schön, ich meine, Turm H6 droht in Verbindung mit Turm G1, wir haben hier zwei sehr, sehr starke Läufer Richtung König, ähm, ich kann wirklich nicht sagen, warum Fabiano das an dieser Stelle nicht gespielt hat, ähm, ich finde es schon eigentlich sehr offensichtlich, ähm, stell dir das noch hat Fabiano einen Zug gemacht, der jetzt auch nicht die Stellung wirklich verdirbt, ähm, aber es hätte halt nochmal ein bisschen schwieriger werden können, ja, er hat B5 gespielt, ähm, was ich eigentlich, also da muss ich wirklich sagen, ich hab das nicht ganz durchstiegen, warum er B5 an dieser Stelle spielt, ähm, was ist die Konsequenz eigentlich aus B5, okay, wenn A schlägt B5 kommt, naja, dann wäre wiederum der beste Zug simpel, Springer schlägt F7 und B5 hätte einfach nur keine Auswirkungen gehabt, ja, ähm, naja, komm, aber dann kannst du auch gleich auf F7 nehmen, ebenso, äh, gleiches nach Turm schlägt B5, aber, und das muss man sagen, weiß hat Schwarz hier eine weitere Möglichkeit eingeräumt, nochmal ein bisschen zu verteidigen, äh, mit Turm nach E8, denn jetzt geht Springer schlägt F7 eben nicht mehr, weil wir den E6 überdeckt haben, in der Konsequenz müsste weiß jetzt hier auf A6 nehmen und ich gebe euch völlig recht, dieser Bauer auf A6, äh, der gleich nach A7 geht und dort gedeckt ist, das ist eine sehr, sehr schöne, äh, das ist ein sehr, sehr schöner Bauer, aber wir müssen ja auch noch erstmal die Grundlinie räumen, bevor der Gans durchläuft, die Stellung sehr, sehr gut für weiß, ähm, aber ganz vorbei ist das noch nicht, also hier hätte, hier hätte Nakamura sich noch ein bisschen zäher verteidigen können, äh, stattdessen, ähm, hat er hier an dieser Stelle Dame E8 gespielt, wohl mit der Idee, auf Züge wie B steckt A6 entweder Dame B5 oder Dame A4 zu spielen, und seinerseits einen Gegenangriff zu initiieren, ähm, naja, aber Fabiano hat sich jetzt mehrfach bitten lassen, jetzt hat er es auch gezogen, Springer schlägt F7, gewinnt nämlich immer noch, ähm, es kommt, Turm schlägt F7 und, äh, Turm schlägt E6, und die Dame ist angegriffen, und Dame schlägt B5, ähm, Schwarz stellt in dieser Partie eine gewichtige Drohung auf, ähm, das Problem dahinter ist, die Stellung ist schon verloren, denn Turm H6 geht direkt über in einen durchschlagenden Angriff, äh, Hikaru hat hier aufgegeben, ähm, auch völlig zu Recht, ich möchte euch gerne noch zeigen, warum, naja, König nach G8, Turm nach G1, König zieht weiter, also wir können einmal festhalten, Turm G7 bringt es auch nicht, denn wir können den Angriff hier erhöhen, mit, äh, Läufer E6, und, ähm, naja, dann zum Beispiel Turm nach H8, und, das geht auch nach hinten los, nach König F8, ebenso Turm H8, jetzt bedienen wir uns auf B8, und jetzt der sehr, sehr starke Zug, Läufer C5 Schach, ihr seht es schon, diese Läufer sind sehr, sehr lästig, König F6, ähm, läuft in Turm G6 rein, deswegen muss schon fast König nach D8 kommen, und jetzt haben wir aber hier die Möglichkeit mit Läufer D6 noch zwischenzuziehen, und, ähm, nur eine Figur für die Dame zu geben, und dann bleiben wir mit, äh, Läufer und zwei Bauern mehr übrig, und deswegen hat Hikaru hier an dieser Stelle aufgegeben. Ja, ist es Zeit, so ein kleines Fazit zu ziehen, und nochmal so ein bisschen an den Anfang zu gehen, und zu sagen, okay, wir versuchen uns, Indizien rauszuarbeiten, wie können wir selber positionelle Opfer erkennen, und ein ganz, ganz großer Punkt, der sich durch die komplette Partie gezogen hat, ist eigentlich der, lass uns nochmal zurück an, diese Stelle gehen, ein ganz, ganz großer Punkt, der sich durch die ganze Partie gezogen hat, ist, wenn wir einmal durchzählen, ja, auf der einen Seite Materialverhältnis, auf der anderen Seite Wirkung der Figuren, ja, wir können festhalten, ab dieser Stellung hat Weiß vom reinen Materialverhältnis weniger Figuren, aber, ähm, die Wirkungsweise der einzelnen Figuren war im Laufe der ganzen Partie auf weißer Seite viel, viel stärker, das heißt, ein erstes Indiz wäre, die Figuren, die auf dem Brett verbleiben, auch wenn es weniger insgesamt sind, die sind so stark, dass sie mehr kontrollieren, als die gegnerischen Figuren, erster Punkt. Zweiter Punkt an der Stelle, sehr, sehr großer Dreh- und Angelpunkt dieser Partie waren die Felder D5 von F5, das heißt, gerade wenn wir, wenn wir, äh, Schwerfiguren, Dame oder Türme opfern gegen Leichtfiguren, sei es eine oder mehr, ja, dann wird das enorm dadurch begünstigt, dass wir Vorposten für unsere Figuren haben, ja, wir müssen Posten haben, wo sie unvertreibbar sind, wo sie sehr, sehr stark sind und auch nicht eingeschränkt werden können in ihrer Wirkung, weil dem Gegner die entsprechenden Figuren dazu fehlen, ja. Er hat hier nicht die Möglichkeit, die Springe F5 und D5 komplett aus der Stellung zu nehmen. Ja, er hätte hier rausnehmen können, aber er hätte sich ein Leben lang mit diesen sehr, sehr starken Leichtfiguren auseinandersetzen müssen. Genau. Ähm, das Ganze, wie immer noch im Fazit, ja, wo ich das so formuliert habe, gute Vorposten und Stützfelder für die eigenen Figuren sind wichtig. Deine Figuren kontrollieren das Brett, wir haben das sehr, sehr schön gesehen in dieser Partie. Ähm, Ich habe selten bei Objektiv so viel weniger Material, denn es ist ein recht, äh, recht krasses Opfer, muss man sagen, an dieser Stelle, ähm, gesehen, dass der Gegner so im Würgegriff war wie in dieser Partie. Also, Nakamura konnte hier nicht mal atmen, er konnte kaum eine Figur ziehen, weil einfach alles kontrolliert war vom Gegner, ja. Und ein wichtiges Indiz ist noch, ist eine Vereinfachung möglich oder nicht? Denn, wir haben das schon mal, ähm, einmal an einer Stelle durchgesprochen, was wäre wenn, ne? Was ist, wenn die Türme vom Brett kommen würden? Und, ähm, das Ganze wäre sehr, sehr riskant, weil, ich habe euch dieses Beispiel mit den Rugby-Spielern genannt, das Materialverhältnis hat höheres Gewicht, wenn wir Material vom Brett nehmen, ja. Und, äh, dementsprechend ist es wichtig, für die Möglichkeit positioneller Opfer, ob dieses, diese Vereinfachung für den Gegner, die Möglichkeit dazu da ist oder nicht. Achso, wo bin ich jetzt in der Verabschiedung? Ich wollte noch mal ins Fazit, macht nichts. Ja, ähm, das wäre es grob so zum Einstieg, wann könnte, wann könnte vielleicht ein positionelles Opfer gegeben sein und eine sehr, sehr schöne Partie von Fabiano, ähm, die mir außerordentlich gut gefallen hat, ich hoffe euch auch. Und, nächste Woche geht es damit weiter, unser kompletter Themenblock wird sich um positionelle Opfer handeln und das war ein vergleichsweise harter Einstieg mit einem Damenopfer, der in der Praxis natürlich auch seltener vorkommt, deswegen werden wir die anderen gängigen positionellen Opfer in den nächsten Wochen mit euch besprechen. Ähm, nächste Woche noch einmal aufgezeichnet, weil wir immer noch in Griechenland sind, beziehungsweise beim GM und IM Turnier in Lüneburg, ähm, danach aber wieder live mit euch gemeinsam und wir freuen uns sehr auf diesen Themenblock Positionelles Spiel, wünschen euch noch einen schönen Montagabend, eine schöne Woche und bis bald. Musik 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 Musik